Verflucht nochmal, ich deinstallier das jetzt. Hehehehe. Hallo. 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 Warte mal, stelle ich, ähm, wenn ich hierhin stelle, von dem Winkel hier machst, ach man, hier so? Oh ja, warte mal, vielleicht ne gute Idee. Wenn der von da leid ist, weil der ja auch da runter, denke ich mal, ne? Ja, natürlich. Muss mal probieren. Ne, wenn ich den da rein mache. Das hab ich weiß. So müsste der Winkel sein. Der muss weg hier in der Mitte der, der da. Der muss irgendwie weg. Aber der geht nicht weg, oder? Warte mal, doch, der geht irgendwie weg. Ähm, bestimmt für unten, ne? Ja, dann hab ich aber den hier oben nicht, den Spiegel. Ach ne, da kann ich gar nicht. Oder, warte mal. Du musst dich auch irgendwo rufstellen, oder? Oder so. Geil. Ja, bei anderen Spielen ist Q immer dieser Seitenschritt und, äh, der macht den ja nicht. Geil. Ne, du musst wahrscheinlich noch irgendwo rufstehen. Wenn du eins unten stehst und dann den Strahlen nach rechts. Und sie hier drauf. Hm. Hm. Ach, jetzt hat das Ding vor. Und dann? Ja, 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 ja. Und dann den Strahlen nach da? Genau. Hm, ja, ok. Da ist ja. Wunderbar. Haha. Was haben wir denn hier? Oh, schön. Da ist ja Muni drin. In dem Ding. Willst du mal jetzt nicht da hoch? Nö, das war hier nur so ein Arzt. Ähm. Bonus-Scheiß. Bonus-Scheiß. Und wie oft bin ich in dem Bonus-Scheiß jetzt gestorben? Ehm. Drei, vier Mal. Ja. Boah. Hallo. Nein. Das waren einmal Sobecks Priester. Seeds Verderbtheit hat alles befallen. Cool. Jumpen. Oh Mann. Nicht und jumpen. Weiß wie das ist. Ah, da ist ein Chill. Ah, da hinten kann man da hoch? Nee. Da müssen wir bestimmt auch fallen. Wollen wir mal probieren? Ich glaube nicht. Nee. Da müssen wir erst den Kier, äh, ausständig aktivieren. Ja. Ähm. Kommen Sie jetzt wieder raus? Was? Was haben wir denn hier? Ja, ich muss hier ein bisschen bei dir bleiben. Äh. Nicht runterfallen. Na ja. Na dann. Wieder ein. Ja. Na dann. Ja. Bleib drauf. Ah, das war unerwartet. Aber schön. Das war unerwartet. Aber schön. Oha. Na dann mach wohl weiter. Mach mal was da noch rum. Ach. Was dir? Ja. ja ja Nein! So. Oh, geil. Gut. Tja, wenigstens wissen wir, was uns erwartet. Gut. Gut. Jetzt kommt das große Spiel, ja? Ja. Ähm. Kannst du das lenken oder was? Nicht wirklich. Warum hält das nicht an? Hm. Ah, jetzt. Slim. Das war's. Sie ist offen. Los, wir müssen ein Grab erkunden. Oh, nee. Leben. Ja. Ja. Oh, wir rennen immer daneben her. Die Tastenbelegung. Oh, nee. Ja, ja. Ja, ja. Grab des Fährmanns. Pfff. Ja. 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 noch ein noch ein noch irgendwo dann bestimmt hier oben da sind wir hergekommen oh scheiße stimmt ja warum mal den gleichen fehler ich glaube ich wieder rin meine friss ich weiß nicht was ich nicht mehr raus kann hier eine granate drauf warte mal ach guck mal Na, einmal schießen, ne? Du musst bestimmt eine Bombe auflegen, wenn man rüberkommt. Nö. Doch, auf der Roten, eine Bombe auflegen. Und dann durch, genau. Dann bumm. Dann rein. Oh. Oh, ohne hängen. Wir müssen irgendwie an diesen Stacheln vorbei. Boah, toll. Ah, ah. Dann mal. Vielleicht kann uns die Strömung helfen. Oh, offen. Oh, offen. Warte. Boah. Nein. Wir müssen nochmal zurückkommen. Ja, willst du da hochkommen? Ja, ich muss doch nur die Kugel hier machen und dann hochspringen. Kugel. Nö. Das wird nicht. Warte mal. Warte mal. Wie das ganze hier drauf? Auf diese Kante da. Guck mal. So, problemlos. Ja. Ja. Nein. Noch nicht schlecht. Guck, das ist wirklich knapp. Vorsichtig. Es ist nicht schön, aufgespießt zu werden. Na, da musst du erst drüber und dann... Oh Gott, ey. Guck mal, was er macht. Ach, guck mal da. So muss ich da runter, hast du gesehen? So komme ich da runter. Wenn ich mir die Brücke so ansehe, sollten wir uns beeilen. Aua. Aua.